Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Information. Ich fahre in den nächsten Tagen. Ab dem 27. bin ich weg. Also ich fliege nach Griechenland. Bin dann bis 6.7. zurück oder so. Keine Ahnung, muss ich gucken. Und am morgigen Tag habe ich Geburtstag, deswegen wird morgen auch kein Video kommen. Einfach aus dem Grund, weil ich da Geburtstag habe. Und ja, genau. Das ist so eigentlich alles, was ich euch mitteilen wollte. Ich werde an meinem Urlaub einen kleinen Vlog vielleicht drehen oder so, keine Ahnung. Wo ich etwas mit euch ansprechen muss, was die Zukunft von meinem YouTube-Channel betrifft. Beziehungsweise die generelle Zukunft von YouTube bei meinem Channel einfach. Genau. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Wenn ich wieder heil und gesund zurück bin. Hoffentlich. Mal gucken. Und ja, dann wünsche ich euch noch wirklich sehr schöne Zeit die nächsten Tage. Ja, ich werde morgen meinen Geburtstag genießen und dann den Flug nach Griechenland. Und ja, genau. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst, dass ihr nicht wundert, warum kommen keine Videos. Das ist einfach so. Ja, dann wünsche ich euch noch schöne Tage bis dahin. Wir hören bzw. sehen uns, nee, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, dann noch eine schöne Zeit. Geht ein bisschen raus. Macht ein bisschen was in der frischen Luft. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi.